Willkommen zu meinem Info-Video, ich bin euer General Tobias. Ja, ich möchte euch heute folgende Projekte, die in nächster Zeit kommen, ankündigen. Und zwar, Rome 2 Total War ist rausgekommen. Ich weiß, wir haben hier Rome 1. Rome 1 Total War, sag ich jetzt. Als Hintergrund jetzt nur, Rome 2 ist ja rausgekommen diesen Dienstag, am 3.9. Ich habe das Spiel noch nicht, es soll im Laufe dieser Woche kommen. Wir haben Sonntag, also nächste Woche. Und denn, ich weiß noch nicht, ob ich mir das Griechenpaket hinzuhole. Auf jeden Fall, ganz klar, das Let's Play. Ich weiß zwar noch nicht, mit welcher Fraktion, da gerade kommt ihr ins Spiel. Ich werde, also eine Umfrage, mit welcher Fraktion ich anfangen soll. Ich werde euch welche zur Auswahl stellen. Und die schreibt ihr dann in den Kommentaren, welche Fraktion ihr sehen wollt. Also, Rome, bitte die Familie, die Cornelia entweder, der Julia oder Junia, Kartago, Sueben und Averda. Ich versuche auch, einige historische Hintergrundinformationen einfließen zu lassen, ein fließen zu lassen, soweit es geht. Ja, und dann wird die Umfrage bis Freitag, 20 Uhr nehmen, dass ich danach die Ergebnisse noch auswerten kann, sowie noch ein Video machen kann, welches, welche Fraktion gewonnen hat. So, dann steht noch an die Koop-Kampagne zu zweit online mit General Germanicus. Diesen YouTuber und seinen Kanal werde ich in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr raufgucken solltet. Ihr habt auch noch ein Let's Play zu den Julien. Das war sehr schwer, mein größter Aspekt, jetzt schon. Das trauen sich andere nicht. Das wird sicher sehr unterhaltsam, aber ich will euch jetzt nur nicht darüber jetzt reden, sondern es geht jetzt um Infos und folgende Projekte, wie gesagt. Denn natürlich, die Online-Battles werden auch kommen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch von Rom 1 auch ein Let's Play machen. Schreibt es in den Kommentaren, ich mache es, schreibe die Fraktion hinter. Und ich mache es, ich kann auch Online-Battles, keine Ahnung, aber noch, daran soll es nicht scheitern. So wie bald Napoleon, auch Barbaren Invasion, soll auch ein Let's Play kommen. Sobald das erste Let's Play kommt, oder ein Nebenbei, so wie abgeschlossen, Rom 2 oder Rom 1, wie auch immer, Let's Play abgeschlossen ist. Ich möchte auch noch an dieser Stelle noch einige andere YouTuber nennen, wo ihr auf den Kanälen ja auf jeden Fall auch gucken solltet. Günter Shadow, auf jeden Fall, Cornelius Strack, General Pilofas, The Journal Germanicus halt, Green Bambi, Prinz Koala, und weitere, das nur als kleiner Tipp, da solltet ihr auf jeden Fall bei vorbeischauen. Tolle Videos, tolle Let's Player, macht jedes Mal Spaß, ihnen Videos anzugucken. Ja, und hiermit verabschiede ich mich, das ist mein Infovideo, ich hoffe es euch gefällt, ich freue mich auf die Abstimmung und sage Tschau, bis zum nächsten Mal.